Yo, Barsch. Alter, brauchst du einen Casher oder kriegst du einen? Moin Leute, herzlich willkommen bei den 99 Adventures. Wir sind jetzt hier schön im T5. Wir versuchen heute richtig dicke Barsche zu fangen. So, endlich konnten wir das Gewässer erfahren. Oh nein, Barsch. So, der erste ist eingestiegen. Ja, ein Barsch. Wir haben mal ans Ufer gefahren und gucken uns das mal an und machen gleich dann die Mittagspause. Den Köder hat er immer noch beibehalten. Der läuft bei ihm eigentlich sehr gut. So, hier stehen wir jetzt. Ich habe mich hier herangekoppelt nach dem kleinen Hecht. Das ist jetzt relativ ruhig. Wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten, alles abzufischen, weil hier auch Karpfangler sind. Die haben hier ganz schön ihre Schnüre rausgespannt. Aber so ist das. Ein paar gute Stellen haben wir. Und ja, wir sind optimistisch. Vor allen Dingen dann nachher zur Abendstunde. Wir haben es jetzt 13.46 Uhr. Wir haben also noch etliche Stunden Zeit. Kriegen Sie es hin? Ja, dick da. Aber übel kam der raus. Ja. Leute, an der Oberfläche haben wir gerade einen dicken Fischraum sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Hecht oder ein Barsch war. Auf jeden Fall war seine Rückenflosse, den Rücken komplett aus dem Wasser. Ja. Entweder das war ein 50er Hecht oder so. Oder es war ein Barsch. Und wenn das ein Barsch gewesen war, dann war es auf jeden Fall ein richtig dicker Barsch. So, und jetzt habe ich wieder den Semi dran, den Oberflächenköder. Wir probieren jetzt mal zu bekommen und ich zeige euch mal, wie man den richtig führt. Und zwar, ihr werft es normal aus und macht dann kleine Schläge und holt dabei ein. Kann man natürlich die Schnelligkeit variieren. Dazu braucht ihr natürlich auch am besten eine feine Rute, dass man es damit machen kann. Es sei denn natürlich, ihr habt einen richtig großen Stickwave. Dann ist es was anderes, weil ihr bei der Größe weiche Rute 4-12 Gramm Wurfgewicht habt ihr hier und die langsam geführt. Und dann läuft er im Zickzack, den sogenannten Walk-the-Dork-Lauf. Und das lieben die Barsche. Schöner Barsch. Schöner Barsch? Ja. Wenn man in der Schnur... Alter. Warte, 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 warte. Alter. Oh, schöner Barsch. Komm her, komm her. Ja. Sitzen. Ja. Geil. Alter. Nein. Komm, schnell wieder weg, weil sonst verscheuchen wir wieder. Ja. Entspannt euch. Warte, halt mal die Rute. Ich paddelt uns weg. Wir müssen jetzt mal kurz hier Plan B einschreiten. Das ist ne 39er Klamotte. Alles klar, Petri Tö. Okay, Petri Dank. So Leute, ihr seht hinter mir die Schildinsel. Das Wasser hat da gerade gebrodelt. Wir dachten, da sind kleine Fische am Laichen. Überall und dann waren größere Buchwelle. Und wir da alle drei hingeworfen, wir hatten wieder das Glück. Till. Mit nem schönen 39cm Barsch. Seitdem ist es da auch ruhig. Ja, wahrscheinlich haben sie sich da doch alle versteckt. Weil jetzt ist es komplett ruhig. Oder die haben sich alle verzogen. Also das war auf jeden Fall krass. Wir versuchen da jetzt natürlich direkt nochmal einen raus zu zaubern. Richtig geil. Und wieder auf den gleichen Krödern, ne? Unglaublich. Petri Tö. Petri Dank. Er hat jetzt einen grünen Swing Impact. Hier hinten am Shatterbait mit drauf. Jetzt wechsle ich aber mal zu einem Ayufarbenen. Ähm, weil das Wasser doch relativ klar ist. Und das ist ja der gleiche Shatterbait wie bei Till. Und er hat auch relativ einen unauffälligen Köder. Zwar mit einer Holofolie in drin. Die schön leuchtet. Aber halt auch relativ naturgetreu. Die Farbe vom Gummi. Und deswegen der Ayu. So. Wie man ihn richtig aufzieht. Wird vielen schon klar sein. Ein paar noch nicht. Deswegen erkläre ich euch nochmal schnell. Ihr guckt. Ihr haltet den Gummifisch ran und guckt wo er rauskommt. Am äußersten Hakenschenkel macht ihr eine Markierung am Gummifisch. Dann zieht ihr ihn mittig auf und versucht ihn gerade durch den Gummi durchzuführen. Und dann kommt ihr am besten an eurer markierten Stelle wieder raus. Und dann einfach den Gummi nur noch raufziehen. Und dann sitzt er. So. Jetzt probiere ich es auch mal damit. So Leute. Gerade vorhin gesprochen. Gerade den Köderwechsel gemacht. Und an den Shatterbait den anderen Gummi ran. Und er hat Fisch gebracht. Ich dachte er ist ein richtig schöner Barsch. Ist ein kleiner Hecht. Aber auch der macht Spaß. Gut. Boah. Da ist er weg. Sehr schön Leute. Hier sind wir schon mal die Take care. So. Frage bitte. Und du hast eine kleine Hecht? Du hast eine neue Hecht? Ja. Du hast eine kleine Hecht. Und du hast einen und da das Video. Wie viel haben wir da ist. Du hast eine Hecht. Und du hast eine Hecht. das war's das war's willkommen so wieder ein kleiner hecht oder gewechselt creature bed dran gemacht kleiner krebs haben richtigen einschlag bekommen ich habe gesagt auch guter guter dachtung richtig schöner war aber trotzdem freue ich mich natürlich über diesen fisch so drei minuten später der kleine wieder auf die küche aber diesmal dachte ich auch wieder ein schöner war die kämpfen hier relativ ähnlich die war schon gerecht muss man ehrlich da ist es immer schwer zu unterscheiden ob es ein dicker barsch ist oder ein kleinerer hecht so leute wir sind deswegen die jungs hier schon wieder ein hecht gefangen haben war ich am ufer und musste um mein bellyboot kümmern weil unten aus dem luftbeutel so wie es aussah luft rausgetreten ist ist aber alles okay was wahrscheinlich einfach nur der verschluss habe ich mein bellyboot umgedreht und es sind die taschen alles voller wasser gelaufen ja naja jetzt habe ich den salat alles ein bisschen nass in den köder boxen der reis und das wasser rauszuziehen jetzt ganz schön eine pampe aber man kann es ja wieder trocknen lassen und die angekarte ist auch alle duty war zum glück richtig gut in so einem wasserdichten ding verschlossen ja und auf dem weg dahin am schilf die karpfen die jener voll ab und ich habe auch einen kleinen karpfen gesehen ich glaube das waren schuppi ohne dicke schlei die auch so 35 40 cm hatte also ist ordentlich was los für karpfenangler im paradies verständlich warum jetzt auch so viele karpfenangler hier sind vielleicht probieren wir es ja auch mal so aber jetzt bin ich wieder startklar und jetzt geht es wieder los ja ja Alter, brauchst du einen Kescher oder kriegst du ihn nicht? Einer, weg hier schon schnell! Jetzt nicht irgendwo hier, siehst du das? Kann ich dir mal messen, Noah? Einer soll da weg, Bruder, und ich juckt einfach schnell. Na, wenn es gerade wäre? Kommt deine Flur hier ran? Ja. 35. Schön. Sehr toll. Vielen Dank. Sehr schön. Ich hab's nicht drauf. Ja, Noah ist gerade im richtigen Barsch an der Oberfläche ab. Alter, wieder auf den Zemi. Direkt an der Oberfläche. Boom. Erst war er dran, dann war er ab, dann war er wieder dran. Und hier vorne, kurz vorm Kescher, abgegangen. Da vorne leichen Karten. Und zwar, ja keine Ahnung, 3, 4, 5 Kilokarten. Hier vorne geht's wieder los. Da. Seht ihr? Die kommen richtig raus. Das ist krass. Und zwar 3, 4, 5 Stück, alle aneinander. Ich hab's eben richtig schon rauskommen sehen. Das ist ein Naturschauspiel. Oh, wir sind so nah dran. So meine lieben Angelfreunde, der Tag mit Till hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen auf noch eine Folge mit Till. Genau. Wir konnten auf jeden Fall gute Barsche fangen. Wenn euch das gefallen hat, liked bitte das Video. Teilt das gern mit euren Freunden. Und drückt genau jetzt auf abonnieren, weil das kostet euch rein gar nichts. Außer, dass ihr immer seht, wenn wir aktiv sind und ein neues Video hochgeladen haben, wenn ihr natürlich die Glocke aktiviert habt. Alles klar. Bis dahin Leute. Haut da rein. Tschüss.